Ja, ich habe John Wick den dritten Teil gesehen und ich war, ach komm, ich sag's euch schon, ich war zufrieden. Und alles weitere, ja, da müsst ihr jetzt irgendwo am Ende des Videos oder unten in der Videobeschreibung auf meinen zweiten Kanal gehen, weil ich habe es getan. Ich habe einen zweiten Kanal gemacht und der heißt Filmbrain. Ja, das ist eine Anspielung auf Filmgrain, haha, voll witzig. Der Grund dafür, einige von euch haben es vielleicht schon in einem anderen Video von mir gehört, ich sag's jetzt trotzdem nochmal. Ich mag es nicht, die Kanäle aufzusplitten und viele von euch mögen das auch nicht. Ja, sorry, ist jetzt halt so. Aber es ist halt so, dass der Algorithmus erstens einmal Darm jetzt auf diese Art und Weise leichter kategorisieren kann, welche Videos er empfiehlt. Er kommt nicht durcheinander, weil da mal Filmvideos sind und Elektronikvideos. Das auf dem Hauptkanal bleibt alles, wie es ist, nur ich habe alles, was mit Medien zu tun hat, rausgezogen. Das heißt, also Heimkino bleibt weiter im Hauptkanal, also Heimkinotechnik. Kinotechnik, mache ich auch mal ein, zwei Folgen, bleibt im Hauptkanal. Filme, Serien und so weiter wird weiterhin ab jetzt hier sein. Ja, ich habe es ja gesagt, der Algorithmus mag das nicht. Die Durchschnittswerte vom Kanal passen nicht. Also sind eigentlich alles Verwaltungsgründe, die mir auch nicht wirklich gefallen, aber das machen wir jetzt auch mal so. Das Ganze wird ein Experiment sein. Deswegen würde ich euch bitten, wenn es euch grundsätzlich interessiert, auch wenn jetzt schon gerade nicht gucken wollt oder euch nicht interessiert, abonniert den Kanal, weil wenn natürlich dann bloß zehn Leute sagen, das interessiert mich, dann wird das nichts. Dann lassen wir das nachher wieder. Ja, also, dann auf Wiedersehen und schaut euch den Review an, weil der ist total super. Hoffentlich, ich muss es ja jetzt einsprechen, ich weiß es ja noch nicht. Also, Servus und wir sehen uns auf meinem zweiten Kanal.